Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Star Wars The Old Republic Ohne Ton, ja, jetzt der Ton da In dieser Folge geht es so ein bisschen darum, was gestern im Stream angekündigt wurde Im Svator Stream Gut, auch wenn die Folge kommt, dass es wahrscheinlich nicht mehr gestern ist Aber ist egal Verzögert sich etwas wegen Lego Star Wars, was ich ja letztendlich noch hochlade Sonst wird es etwas zu viel Und ich wollte erstmal Lego Star Wars fertig kriegen Also, erstmal gibt es einen neuen Code Der heißt Lots of Svator Und zwar, ich glaube ich habe ihn mir schon kopiert gehabt, genau so wird er geschrieben Finde ich natürlich auch in der Beschreibung Sowie auch den Link zum Einlösen Und wenn ihr den einlöst, bekommt ihr das hier Deine neue Belohnung Danke, dass du ein Mitglied der Star Wars The Old Republic Community bist Viel Spaß mit deiner neuen Belohnung für deine Abenteuer in der ganzen Galaxis Einen Werbeposter von Heta Kohl Gibt es Eins davon Man kann aber 50 haben Und man kann es auf die Gilde freischalten Ist aber auch für ihn gebunden Also man kann es leider nicht in die Gildenbank direkt reinziehen Und das Problem ist, dass wir 50 Charaktere nehmen Um die Dinger 50 mal voll zu kriegen Gucken wir uns das erstmal an, wie das aussieht Ja Mando-Poster halt Quelle, Twitch, Livestream, Aktionsbelohnung Genau Holen wir uns das einfach mal Hält es auch gerade mal irgendwo aufhängen Habe ich jetzt so wenig noch Platz? Bestimmt nicht Da oben hätte ich noch Platz Ja, ich renne gegen den Hocker, genau Gibt es auch irgendwo was unteres, wo ich Platz hätte? Da Festes Wohlstands-Poster habe ich auch noch rumliegen Äh Welche Kategorie ist denn das? Schilder und Poster, okay Schilder, Poster Belagerung der Jedi Warte mal, war das jetzt überhaupt ein Poster? Ein Fan-Poster, Fan-Poster Hier hängen Müll hier rumliegen Ah, hier ist es Genau, Werbeposter Heta Kohl Der Obugspolon, dieser Quetz ist übrigens auch sehr lächerlich Weil er einfach sinnfrei ist So, setzen wir noch ein bisschen nach unten Dass wir es auch sehen können Ja, nicht zu weit Wir wollen es ja auch noch erkennen können Zack Ja Sieht ganz nett aus Also für eine Mando-Festung Passt das bestimmt Und wenn man da noch 50 davon hat Man kann sich ja jedes Aus jedem Charakter kriegt man das jetzt dazu geschickt Irgendwann kriegt man noch so viel zugeschickt Dass man es einfach nicht mehr braucht Naja, aber Man kann ja niemals genug davon haben Ja, auf jeden Fall Code einlösen Dann bekommt ihr das Zeug Und dann natürlich Das wird natürlich nicht das Einzige Was ich diese Folge mache Ich will euch natürlich auch noch zeigen Was es dann im nächsten Großen Update Was dann im Dezember wahrscheinlich kommt Ins Spiel dazukommen wird Und da verwechseln wir erst mal ins Internet So, da werden wir Ankündigungen von Legacy of the Sith Also Vermächtnis der Sith Der nächsten Erweiterung für Star Wars The Old Republic Vom Ja, 1.7. ist das glaube ich Jetzt ein bisschen falsch rum Englisches Datum halt Also 1.7. So, das heißt Nicht 7.1. Also das ist nicht schon so alt Wir freuen uns Die nächste Ära für Star Wars The Old Republic Ankündigen zu können Ich werde das mal ein bisschen größer So, dass man es noch ein bisschen besser lesen kann Die Feierlichkeiten Dann einlässlich des 10. Gebotsstags des Spiels Beginn mit Legacy of the Sith Eine neue Erweiterung Die den Beginn eines ganzen Jahres voller galaktischen Intrigen Konflikte und Geheimnisse markiert Legacy of the Sith Führt die Führer in die Dunkelsten Tiefen Unter den linken Winkel der Galaxis Und dann wirklich die Auswahl Des persönlichen Kampfstils Der Möglichkeiten Mehr Möglichkeiten bietet Wenn es darum geht Eure eigenen Star Wars Fantasie Zum Leben zu erwecken Gibt es noch ein Icon für Wird wahrscheinlich auch dann auch Bei den entsprechenden Folgen Dann auch unter die Letzt Thumbnail kommen Oder ins Thumbnail Wo ich glaube Das Spiel auch noch ein besseres Icon gibt Denn Das hier hat glaube ich Ein Hintergrund Ja Eine Anhalten der Konflikt Der Krieg der Galaxischen Republik Und dem Sith Imperium Bereitet sich auf neue Welten aus Während sich in den dunklen Winkeln Der Galaxis Gefährliche Randgruppen erheben Verfolgt Darth Malgus Weiter in einen unbekannten Plan Lüftet dieses Geheimnis Und mehr Wenn eure Entscheidungen Erneut die Zukunft Der Galaxisform Dann können wir auch noch Die Spielweise verändern Sehr praktisch Wir füllen Kampfstile ein Spieler können ihre Klassenstory Jetzt vom Gameplaystil trennen Um noch individuelleres Spielerlebnis zu schaffen Also kurz gesagt Um es jetzt mal ganz einfach zu erklären Ihr könnt Theorisch mit einem Soldaten Könnt ihr dann ein Scharfschützengewehr tragen Oder eben auch Wahrscheinlich sogar mit einem Soldaten Auch ein Lichtschwert Ich vermute jetzt einfach mal so Oder hier eben auch Wie es hier beschrieben wird Sith Inquisitor mit zwei Lichtschwertern Oder auch eben mit Fähigkeiten der dunklen Seite Also irgendwie so ein totales Mischmasch Von allem möglichen Also dass einfach alle Klassen extrem zusammengemischt werden Und die könnt ihr dann aussuchen Was ihr davon haben wollt So ähnlich wie in Kotor halt Oder auch wie in Wer heißt es noch gleich Academy Da konnte man das ja auch so ein bisschen Die Fähigkeiten hin und her mixen Da konnte man ja auch dunkle Fähigkeiten Zu einem Jedi geben zum Beispiel Aber ich glaube Kotor ist ein besseres Beispiel für Ja und gewährt zusätzliche Anpassungsoptionen Und man kann das eben wechseln Wie man das auch immer wechseln kann Wird uns zum Beispiel der PTS zeigen Und dann geht es in die Tiefen des Meeres zurück Mal wieder nach Manan Manan hatten wir schon zweimal in dem Spiel gehabt Einmal für geschmiedete Bündnisse Für 55er Flashpoints war das ja Das war ja der Manan Flashpoint Mehr gab es ja auch so gesehen nicht Und Dann auch noch für die Festung Sonst war der Planet ja zunächst zu gebrauchen Das ist ja eigentlich ein Müllplanet Wo keiner hin will Wo auch nichts ist Das Sifenperium hat Manan besetzt Um die dortigen Kulto-Vorkommen an sich zu bringen Kulto ist ja Heilung Da dieses wichtige Medikament Vor allen Kriegsparteien dringend gebraucht wird Erkämpft euch mit unterschiedlichen Storylines Für die Republik und Imperium unter Wasser Durch verschiedene Anlagen Um den Planeten unter Kontrolle zu bringen Der Abschluss der Manan Storyline Schaltet eine neue Operationsphase Von der Gruppierung Und einen neuen täglichen Bereich frei Also mal wieder ein Bereich Wo wir täglich neue Quests machen können Oder täglich Quests Neu sind sie wahrscheinlich dann nicht Ja Schickes Bild dazu noch Wahrscheinlich jetzt nicht so ganz Esveto-Grafik Klar das ist hier eine Konzeptart Aber sieht schon ganz interessant aus Das ist ein bisschen wie im Krieg halt Ja Esveto ist Krieg Dann erkundet die Ruinen eine Sith-Festung Die Geschichte geht auf dem Planeten Elom Kenne ich jetzt so nicht Ist der bekannt der Planet? Gucke ich mal ganz kurz Elom E-Bikes Ne Elom Star Wars Ist der bekannt? Ja der scheint bekannt zu sein Okay das ist eine Spezies her Okay kenne ich jetzt so nicht Also ich hätte den Planeten jetzt noch nicht gehört Wahrscheinlich eher Legends Legends kenne ich mich überhaupt nicht aus Außer eben das V-Tor Mit der Entdeckung einer zerstörten Sith-Festung Seltsamweise aus sämtlichen Auszeichnungen getilgt wurde Gerüchte wonach Darth Malgus auf der Jagd Nach den alten Relikten etwas gefunden haben könnte Dass für die Zukunft der Jedi und Sith Ein entscheidender Bedeutung sein könnte Und das Ganze wird als Einzelspieler-Erlebnis Oder Multiplayer-Flashpoint verfügbar sein Also eben Flashpoint Also nicht zu lang Nicht zu kurz Wie eben das mit Dentoine Und Vengeance Und was weiß ich noch alles davor noch hatten Ich komme mittlerweile für den ganzen Flashpoint schon total durcheinander Weil ich einfach nicht mehr weiß in welche Reihenfolge man was spielen soll Also auf neuen Charakter Habe ich schon Probleme damit Dann noch ein schickes Bild dazu Wie gesagt Der Planet sagt mir jetzt persönlich nichts Vielleicht sagt er euch was Wenn ihr vielleicht ein bisschen mit Legends auskennt Aber jetzt aus den Filmen So kenne ich den eigentlich nicht Okay jetzt kommen jetzt meine Gefährten zurück Geil Sammelt eure Verbündeten in den Tiefen Waffe in der neunten Operation R4 Anomalie Müssen Spieler eurer Verbündeten um sich scharen Um dieses galaktische Bedrohung In den Tiefen des Alls abzuwehren Okay R4 Anomalie sagt mir jetzt auch nichts Das Bild Würde mir jetzt So deutlich auch nichts sagen Erinnert mich so ein bisschen an den Planeten Wo Erzbo-D2 und C3PO da durchgegangen sind Keine Ahnung wie die Folge hieß Es war irgendwann in der Vierten Staffel War das glaube ich Aber es erinnert mich auf jeden Fall sehr an diesen Bodenbereich da Aber das ist es glaube ich nicht Das wäre jetzt ein bisschen zu komisch Ich glaube Unterwelt hieß die Folge Weil ich es gerade hier unten lese Und das ist interessant auch wenn ich das wahrscheinlich nicht spielen werde Schatten der Unterwelt Legacy of the Sith Startet die nächste Galaktische Season Schatten der Unterwelt Neue Belohnung aus dem Umfeld des Schattensyndikats Darunter Fancy Siehe eine Revolverheld und der erste Duras Gefährte in die Old Republic Sind für alle Teilnehmenspieler verfügbar Geil Die neue Season bietet außerdem zahlreiche Verbesserungen des Spielkomforts Auf dem Feedback des Spieler Bezüglich unserer ersten Season im Spielupdate 6.3 Warte mal Wenn die Season jetzt erst Da anfangen soll Was ist denn da zwischendurch? Weil nach der aktuellen Zeit Würde September mit der Season Schluss sein Was ist denn das dann? Was passiert denn dann dazwischen noch? September bis Dezember ist auch ne Zeit Oktober, November fehlt dazwischen noch Was passiert denn da? Haben wir dann gar keine Season? Oder ist dazwischen noch irgendwas? Also das ergibt irgendwie wenig Sinn Das Weiß ich auch so noch nicht Da ich das hier auch nicht mehr im EA Chat drin bin Kann ich das jetzt auch nicht erfragen Na ist egal Verbessertes Spielerlebnis Oh das hört sich gut an Während wir uns dem 10. Geburtstag von CO3 Public nähern Werfen wir einen genauen Blick auf das allgemeine Spielerlebnis Für Neueinstellung und Veteranen Diese Initiative beginnt mit dem Vermächtnis der Civ-Erweiserung Hier steht es gut auf Deutsch Wird im Laufe der ein Jahr andauernden Feierlichkeiten fortgesetzt Die Spieler dürfen sich also auf völlig neue Charakter erstellen Und eine neue Optik des Charaktermenüs des Inventars Und andere Elemente freuen Das Inventar wurde schon so oft neu gemacht Charaktermenü wurde ja glaube ich einmal neu gemacht Na ich glaube zweimal Und Vermächtnis der Civ ist für alle Abonnenten kostenlos Und startet an den Feiertagen 21 Falls ihr jetzt nicht wissen was Feiertage heißt Das ist sozusagen Weihnachten Ob es jetzt genau Weihnachten sein wird Ich stehe jetzt mal dahingestellt Aber irgendwann im Dezember Sagen wir mal so Mitte Dezember Ich glaube es müsste sogar fast Weihnachten sein Ich glaube irgendwie der 20. war es glaube ich Irgendwo zum Bereich 20. Also kurz vor Weihnachten kam ja Sveto mal raus Also die 1.0 sozusagen Und die Feierlichkeiten gehen natürlich auch noch weiter Selbst die Civ ist nur der Beginn der Feierlichkeiten Ende des 10. Geburtstags Und ihr könnt im Laufe des nächsten Jahres noch sehr viel mehr erwarten Unter anderem regelmäßige Story Updates Regelmäßig Heißt vielleicht einmal alle Vierteljahr oder so R4 Anomalie Meister Modus Weitere Wii Updates P4 Einen neuen Flashpoint Also nicht mehrere Wirklich nur einen Neue Schauplätze Also kurz an neue Planeten wahrscheinlich Oder neue Gebiete auf Planeten Dentoin Technische Modernisierung Was auch immer das bedeuten soll Optische Verbesserung Also Grafik Und vielleicht die eine oder andere zusätzliche Überraschung Also eine Überraschung sei Wir können euch gar nicht genug für die jahrelange Unterstützung danken Und können jetzt kaum erwarten Dass der Let's See of the Civ Ende des Jahres in den Händen halten ist Abonnenten können die Änderung testen Sobald die Erweiterung nahezu kommt Auf unserem öffentlichen Test-Service Besucht das Video bekommen Um weitere Updates für Let's See of the Civ zu erhalten Mehr steht hier auch gerade noch gar nicht Allerdings können wir mal ganz kurz nochmal auf Ich weiß gar nicht, ob es jetzt da drin steht Die SVTor News Das war glaube ich der Beitrag Steht das hier mit dem SVTor? Ne, steht leider nicht Mit dem Test-Server Irgendwo stand das Der soll glaube ich Im Bereich nächste Woche Schon online kommen Allerdings nicht mit dem kompletten Update Sondern ich glaube nur mit den Klassenänderungen Ja, aber ich finde ich ganz interessant Ich persönlich Das hier ist mir eigentlich immer alles relativ egal Auch wenn es natürlich interessant ist Mal rumzutesten, klar Aber mich interessiert ja nur das hier Und das hier Auch das interessiert mich eigentlich auch nicht Weil ich keine OPs spiele Aber für die OP-Junkies Wird es bestimmt was Geiles sein Gehe ich mal davon aus Ich suche hier der Gefährte Kriegen ja wahrscheinlich alle Hier auch jetzt der letzte Gefährte Den Arthur Wie auch immer der Typ hieß Und Weihnachts-Event wird es wahrscheinlich auch wieder geben Das heißt wahrscheinlich ist Wird es auf jeden Fall wieder geben Und wenn ihr nicht mehr dazu steht Und auch von meiner Seite aus Wenn jetzt das mit dem PTS wirklich kommt Ob er nun online ist oder nicht Sobald der Patch online ist Also der Patch online ist nicht der Server Gibt es natürlich auch von meiner Seite aus Wieder ein Theater-Mining-Video Wo wir uns das Ganze wieder genau anschauen Denn ich gehe jetzt mal davon aus Die Entwickler sind immer wieder so faul Wie sie sonst auch immer sind Und packen einfach direkt alles auf dem PTS drauf Nur eben nicht zugänglich Das haben sie mich bisher immer so gemacht Habe ich mal gespannt Kann sein Wie gesagt kann sein Muss nicht sein Vielleicht wird es auch einfach nur das hier geben Vielleicht sind sie auch wirklich schlau Und machen eben die Story raus Aus dem PTS Das würde ja auch tatsächlich Sinn machen Denn ich glaube mittlerweile wissen die Entwickler Dass die Tata-Miner sich das sofort raussuchen Auf jeden Fall Verwendet ist der Sif Hört sich ganz interessant an So ein bisschen Kotor ähnlich Stimmt Kotor habe ich auch irgendwo gelesen gehabt Naja Aber ich persönlich finde es geil Zumindest diese beiden Teile hier Den Rest muss man sich so ein bisschen denken Was man jetzt hiervon halten mag Ich glaube viele die fragen sich zum Beispiel Was bringt das Oder Kann ich das immer wieder hin und her wechseln Oder muss ich mich jetzt für eins entscheiden Und muss ich das dann so lassen Oder wie soll das denn sein Ich denke mal das werden wir uns dann alles Auf dem PTS anschauen können Das hier soll ja schon verfügbar sein Dass man das ein bisschen rumprobieren kann Leider wie gesagt nur für Abonnenten Also wird es von mir aus kein Gameplay Video geben Auf dem PTS Nur eben ein Data-Mining Video als Ersatz sozusagen Als besseren Ersatz Nein Das wollte ich nicht sagen Was jetzt nun besser ist Da jetzt mal dahingestellt Beim Data-Mining sieht man halt mehr Oder mehr Technisches Und in Game sieht man halt mehr Spielerisch ist Aber wie gesagt Diese Bilder auch hier Die sind natürlich nicht in Esveto gemacht worden Das ist klar Das sind reine Konzeptarten Oder Concept Arts Weil die jetzt wieder kein Englisch Können mein Englisch nicht wollen Hafika ist interessant Mal Nahen auch wieder ins Spiel zu bringen Ob sie denn den Planeten Wie er jetzt gerade ist Verändern Oder ob sie ein neues Mal Nahen wieder machen Sogends instanziertes Wie jetzt eben auch mit Sakul Zum Beispiel ja auch Das ist ja auch so mit instanziert Und nicht instanziert Da gibt es ja auch mehrere Sakuls Aber da sind ja eine andere Geschichte Auch unwichtig Aber wie gesagt Neues Update Könnt ihr aber in die Kommentare schreiben Was ihr uns davon haltet Storytechnisch Nehme ich immer alles gerne an Was die jetzt eigentlich natürlich meinen Jetzt mit regelmäßigen Story-Updates Weiß ich jetzt eigentlich auch nichts Da kann ich jetzt auch nichts zu sagen Denn Das was wir letztes Dieses Jahr hatten Das waren bestimmt keine regelmäßigen Story-Updates Das war Einmal alles halbe Jahr Oder so Oder alles Vierteljahr Jedes Vierteljahr Das Naja Aber irgendwie so wie es damals war Irgendwie alle paar Wochen Ein neues Kapitel Wie jetzt bei Fallen Empire Zum Beispiel Das würde ich ganz geil finden Wenn man jetzt mal wieder was Neues zu spielen Und es auch ein bisschen länger ist Also nicht nur irgendwie Fünf Minuten spielen Oder so wie es aktuell ist Du kriegst ja bei jedem Kleineren Update Kriegst ja einen kleinen Neuen Story-Part Ja Eigentlich Das ist eigentlich auch total unnötig Aber es ist eben einfach da Dass man eben ein bisschen weiter zocken kann Aber naja Neue Story Ich denke immer auch davon aus Neues Maximallevel dann Dass man dann noch bis 80 leveln kann Auch wenn dazu jetzt bisher hier nichts gesagt wird Ich habe auch den Stream durchgeguckt Ich gucke ihn mir auch nicht mehr an Weil das einfach sinnvoll ist Ich glaube so viel Neues So viel anderes wie jetzt hier geschrieben wird Wird da auch nicht erklärt Ja Wie gesagt Link natürlich auch in der Beschreibung Besonders wie auch den Code Das ist wie auch die Seite Wo ihr den Code einlösen könnt Und natürlich auch Könnt ihr natürlich wie immer Habe ich jetzt natürlich schon wieder zugemacht Hier in der Sv.news.de Könnt ihr natürlich auch folgen Entweder per SS-Feed Könnt ihr einfach raufklicken Na gut Könnt ihr wahrscheinlich kopieren den Link Oder auch zu Discord hinzufügen Ist auch einfach Einfach hier den entsprechenden Webhook-Link einfügen Wer einen Discord-Server hat Weiß was das ist Aber ganz praktisch Oder auch wenn ihr hier die Seite unterstützen wollt Könnt ihr auch gerne auf Amazon Okay Das mache ich jetzt mal nicht auf Sonst sieht man nachher den Namen Auch gerne was einkaufen Also auch Völlig umsonst Also ihr bezahlt ja nicht mehr oder so Aber dann unterstützt ihr halt die Seite so ein bisschen Naja Habe ich mir jetzt für die Saison gequatscht Und auch viel zu verhindern Der geskreut Und ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben Was ihr davon haltet Euch auf eurer Zeit Und wir gehen die Macht Dass ich bei der Bühne sein Ciao